Was Peacekeeping bedeutet, was eigentlich so abstrakt ist, bedeutet, Sicherheit im 21. Jahrhundert zu schaffen. In all seinen Dimensionen. Sicherheit, die mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt. Sicherheit, die Rechtsstaatlichkeit und Freiheit bedeutet. Aber auch Sicherheit zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen. Weil wir eben auch erleben, dass ein Krieg mit Nahrungsmitteln geführt werden kann oder dass die menschliche Sicherheit durch die Auswirkungen der Klimakrise nicht nur bedroht, sondern in ihren Fundamenten erschüttert werden.